Ich begrüße euch herzlich zurück bei Anno1404. Mal wieder mit einem Blick auf Nordheim. Ich habe gerade mal eine kurze Aufnahmepause gemacht und kontrolliert, ob die andere Folge denn wohl wieder flüssig läuft. Und ja, ich habe ein Bild. Ein flüssiges Bild mit ungefähr 12.000 Kilobit pro Sekunde. Das ist nicht so verkehrt. Ich war bis jetzt immer anders gewohnt. Kann aber auch einfach sein, dass es im Moment einfach viel zu warm in meiner Wohnung ist. Kann auch sein. Oder das weiß ich nicht, was passiert sein mag. Aber auf jeden Fall, es funktioniert wieder. Und da kann man doch fröhlich sein. Und ich habe vergessen, einen Schluck zu trinken. Macht aber nichts. Naja. So, da wir das hier alles wunderbar wieder geregelt kriegen, schauen wir mal eben, was die Datteln machen. Ja, wunderbar. Wahrscheinlich hätte eine Dattelfarm auch schon gereicht. Und da sei es, vielleicht kann man jetzt die Datteln mal verkaufen. Schaut mal, wenn wir das hier mal so machen. Können wir immer mal so 10 Tonnen davon verticken. Das gleiche gilt übrigens für Mosaik. Ich glaube, da reichen sogar 70 Tonnen. Können wir nochmal ein bisschen extra Geld mitmachen. Genauso wie mit, ähm, wo war er denn jetzt? Der Quarz da, mit dem Quarz. Auch da reichen 70 Tonnen vollkommen aus. Sehr schön. Ich hatte mir überlegt, ob man nicht mal anfängt, wir haben jetzt 100.000, äh, Goldmünzen. Wir machen ein Plus von 1.300. Ob man nicht mal anfängt, sich ein Schloss zu bauen. Einen herrschaftlichen Palast. Und jetzt, Frage wäre halt, wohin damit? Ähm, wenn man sich das mal so anschaut, fällt einem das auf, ja, schwierig. Das einzige, was mir in den Sinn käme, wäre dieser Bereich, dass man praktisch die Köhlerhütte abreißt und sich diesen Bereich so als, naja, Bauplatz für ein kleineres Schloss reserviert. Klingt doch erstmal ganz anständig. Wobei halt gerade Kohle, äh, auf dem absteigenden Ast ist. Ich kann mal eben schauen, gibt es hier Kohle? Ah, ah. Gibt es hier Kohle? Ja, in Schafsbruck gäbe es Kohle. Äh, theoretisch könnten wir. Mit den richtigen Materialien hier und noch mal Kohle herkriegen. Machen wir das doch mal direkt. Ich weiß nicht mehr, wie viel brauchen wir? Äh, das reicht. Das ist ausreichend. Dann kriegen wir nämlich hier auch noch Kohle her. Können also dem Schiff sagen, hey, wisst ihr was? Gib mir mal die Kohle. So. Aha. Hier können wir auch mal auf 70 stellen, auch wenn wir auf die Menge sowieso noch lange nicht kommen werden. Aber irgendwann wird es soweit sein. Und in der Zwischenzeit lasst es uns beginnen mit dem Bau eines herrschaftlichen Palastes. Äh, ja, man sieht hier, der braucht schon Platz. Also ganz so groß wird es nicht. Aber als Sommerresidenz oder als bescheidener Herrscher soll uns das doch erstmal reichen. Ja, wir können nämlich dieses Haus bauen. Können dann, sagen wir mal so T-förmig in beide Richtungen so einen kleinen Nebentakt anlegen und den Rest füllen wir einfach mit einem Wasserbassin oder einer Statue oder einfach Bäumen. Äh, wenn wir das so machen, haben wir in Richtung Stadt vier Plätze frei, in Richtung Berg vier, fünf Plätze frei. Äh, links und rechts, glaube ich, dürfe ziemlich leicht sein. Ich baue einfach mal unser Hauptgebäude. Ein herrschaftlicher Palast. Jawohl, Kamera wird einmal so zentriert. Nämlich ist das hier vorne und das hier hinten. Kann man bestimmt auch anders sehen. Lässt sich bestimmt überstreiten, wo es Haupteingang ist und wo nicht. Mal so, hier stehen Fahnen. Nachteil ist, im Nachhinein kann man das nicht mehr drehen. Andere Sache ist, ist das nicht vielleicht auch einfach egal. Ich denke mal. Na, schaut mal, können wir hier mal einen Nebentakt jeweils dransetzen, theoretisch. Ich verschwinde einfach mal Ressourcen. Dann, hoppala, eine Halle. Ja, der war doof. Natürlich. Scheiße. So, dann eine große Halle. Man wünscht, dass ich die Beziehung zu euch... Ja, ja, ciao. Ähm. Lass ein paar Münzen sprengen, dann geschehen dir. Jetzt kannst du erzählen. Hassan Ben-Sahid hat dir ein Loch mit Geldbeut gebrannt. Wohnflügel. So. So könnte man jetzt erstmal unser Schloss gestalten. Grundaufbau. Gibt schönere, ist mir bewusst. Hier hinten wohlgemerkt, könnte man noch rum und hier vorne, wenn man das Wohnhaus abreißt, könnte man hier vorne noch so das komplett einmal schließen. Machen wir aber später. Wir müssen auf das Geld achten. Ja, das hat uns mal eben 70.000 gekostet, dieses verdammte Schloss. Das 10.000, jeder Wohntrakt 5.000, ne? Hier die große Halle sogar 8.000. Nebentrakt 8.000. Äh, das läppert sich durchaus. Aber wenn ich das mal einmal aus dieser Perspektive zeigen kann, es sieht doch schon gleich irgendwie herrschaftlicher aus, oder? Mann, 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 Mann. Es sieht doch einfach schön aus. Der Prunk, den niemand braucht. Aber trotzdem jeder Herrscher hat. Äh, falsche Taste. Das ist der Prunk, den ich habe. Das ist der Prunk der falschen Taste. Sowas gibt es auch nur bei mir, dass ich in jeder Folge mindestens einmal eine falsche Taste drücke. Äh, gut. Kohle. Das Kohlebergwerk steht. Und es gibt einen Weg dahin. Mehr braucht man nicht. Das Schiff kann also gleich wieder zurück. Ja. Entschuldigung, welches Schiff bist du? Die Pelikan. Glück gehabt. Na, gefällt dir das Spiel bitte? Allah segne euch für eure Zukunft. Na, gefällt dir das Spiel mit dem... Mit dem PC? Eindeutig. Das gefällt mir. Sehr gut sogar. Das meinte er wahrscheinlich nicht. Aber es gefällt mir. Schön. Ähm, so, was macht denn die Kohle? Na ja. So, mittelprächtig. Na, bevor ich das vergesse, lasst uns doch nochmal schon direkt dieses Haus abreißen. Problem ist, jetzt haben wir natürlich noch einen Patrizian. Ne, es passt sogar. Genau, 66 von 66 Patrizian. Und immer noch ein Bürgerrecht zu viel. Das wiederum soll nicht das ganz große Problem sein. Na, auch Fisch ist nicht ganz so gut, äh, gerade. Aber es läuft relativ. Wie wäre es denn, wenn wir einfach nochmal unseren Ort hier unten weiter ausbauen? Ihr seid von ihrem Nachbarn vorüber. So. Jetzt erstmal noch eine Straße. Und hier haben wir wunderbarerweise ein bisschen Grünfläche. Und auch sowas braucht eine Stadt durchaus. Gut, dann würde ich sagen, machen wir das Ganze einfach weiter. Führen wir das Ganze einfach genau so fort, wie wir es bis dato auch gemacht haben. Ähm, so erstmal. Ja. Oh. Wir machen euch bestimmt kein Ärger. Das glaube ich euch sogar direkt. Ähm, haben wir denn noch Platz? Kommt her, liebe Leute. Wir dürfen bleiben? Ja, dürft ihr. Offensichtlich kann man sich auf euch nicht verlassen. Man kann sich auf mich sogar sehr gut verlassen. Eine Insel wurde von einem Mitspieler besiedelt. Ich habe niemals auch nur irgendein Wort darüber verloren, dass bei uns Bettler nicht willkommen seien. Ja. Seid euch das Gewahr, liebe Leute. Denn in Nordheim, ja, in Nordheim ist jeder willkommen. Ein fairer Handel. Boah, und das, dieser Stadtausbau zusammen mit den neuen Bettlern hat uns verdammte 16 Bürger über Handelsprivilegien beschert. In ihrer Siedlung fällt es an Gemeinschaft. Ach, ja, ihr habt ja überhaupt keinen Zugang. Ei, 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 ei. Hehe, doof. Ähm, passt auf. Wir machen das Ganze folgendermaßen. Das eine Haus können wir noch nicht abreißen. Wir versetzen alle Häuser um einen nach hier. Na, doch, machen wir so. Versetzen alle Häuser um einen nach da. Na, dann können wir dieses Wohnhaus nach dorthin setzen. War eine gute Entscheidung. Und sind eure Schmerzen gelassen. Es sind immer noch 16 Handelsprivilegien. Fast also wunderbar. Ich helfe euch gerne aus. Und sogar der Handel mit Mosaikdatteln und Quarz lohnt sich, wie man sieht. 2300 können wir immer gebrauchen. Und nur so aus Vorsorge. Ja, Taloto, ich weiß. Noch ist der Fisch im grünen Bereich. Das ist mir durchaus auch bewusst. Trotzdem möchte ich eine weitere Fischerhüte bauen. Ob du es willst oder nicht. Ha. Ja. Es bezog sich gerade auf den regen Kommentarschreiber Taloto, der mich schon einmal darauf hingewiesen hat, dass natürlich so lange das hier nicht wirklich sinkt. Ja. Und man in einem gleichmäßigen Bereich ist, über 30, 40 Tonnen, alles völlig in Ordnung ist. Aber, ich habe eben diesen Tick, sobald die Zahlen nicht ganz in Ordnung sind. Und man sieht, die steigen nicht wirklich an. Wir sind bei ungefähr 180.000 von 490.000. Das heißt, wenn jetzt jemand mehr Leute mit dazu kommen, wird das sinken. Es handelt sich dabei nur um eine Präventivmaßnahme. Wenn ich weiß, was Präventiv heißt, bitte googeln. Ich glaube nicht, dass das jemand guckt, der Präventiv nicht kennt. So, bevor jemand nachfragt. Wisst ihr was? Wir machen die Aufstiegsrechte auch gleich mal bereit. Die Bauern dürfen aufsteigen zu Bürgern. Jawohl. Ähm, 16 waren es. 1, 2, 3 auf jeden Fall. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Wir werden dann diese hier. Wir machen erst mal die drei. So, was haben wir? Wer hat gehandelt? Jack Gomo? Alter Schwede. 21 Tonnen Bücher und Lederwämser und 2 Tonnen Leinen plus 5 Tonnen Wein für 4.900. Das ist doch eine gute Einnahmequelle, nicht wahr? Eine Quelle. K-W-E-L-L-E. Giacomo, die Einnahmequelle. So, die drei haben wir schon mal. Jetzt ist mal gut hier. Äh, und 13 weitere. Eins, zwei, drei. Bleiben noch genau 10. Jetzt wird's spannend. Wir haben natürlich hier genau 10 in Hafennähe. Dann haben wir das hier, was noch weiter in Richtung Land geht, wirklich dann Bauern. Ich glaube, das machen wir so, ne? Äh, hoppala. Es sieht ja gut aus hier, was hier vollbracht wird. Müssen wir mal ein bisschen warten. Machen wir mal. Nicht wundern, wenn jetzt gerade die FPS abkacken ist. Es sind jetzt noch mal ein paar Bilder pro Sekunde oben der nette Herr Bürger. So. Zack, zack, zack. Nein, immer noch nicht. Zack. Und. Komm schon. Ich glaube an dich. Und der. So, tschau. Sehr schön. Daraus resultieren neun, äh, äh, Dingens, Patrizia-Titel, neun, äh, die heißen erst Handelsprivilegien, ne? Handelsprivilegien. Wie heißen die hier? Bürgerrechte. Jetzt habe ich's. Ich habe gerade eben, ich glaube auch in der letzten Folge schon, die Wörter durcheinander gehauen. Aber egal. Und wir machen erst mal und schauen dann mal, was, äh, sich hier wie entwickelt. Ja, machen wir genau so wie in Aschgabat. Die Datteln sind wieder auf dem besten Wege. Wir handeln damit sogar, die Milch ist nahezu gefüllt. Und der gesamte Rest sieht auch nicht wirklich schlecht aus. Gut. Neun. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Könnt ihr nicht mal eine passende Anzahl hier haben? Mann, ey, das geht doch gar nicht. Äh, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. So, die letzten Patricks ja auf dem Weg in Richtung, äh, Bauernschaft oder Bürgerschaft. Na, während hier oben hin wunderbar diese kleinen, ich zeige es nochmal eben von der Nähe. Ich meine, diese kleinen, gedrungenen Häuser eher passen, ne. So, diese Art Gebäude, finde ich, findet man eher in einer Stadt. Auch diese Durchgangsgebäude. Äh, ja, weil hier diese großen, diese niedrigen jedoch, glaube ich, sind eher die, die man nicht so am Rand findet, ne. Äh, drei noch. Eins, zwei, drei, das geht jetzt gar nicht auf. Was habe ich denn da eben gezählt? Weiß das jemand? Ich hatte das da oben noch mitgenommen, kann das sein? Eins, zwei, drei. War das das, was ich vorhatte? Und ja, der Ort nimmt Formen an. Was haben wir? Wir haben schon wieder 18 Minuten rum, Leute. Wo bleibt denn die Zeit? Ich weiß es gar nicht. Ähm, in näherer Zukunft. Wir müssen uns mal auf irgendwie was vorbereiten, damit das hier mal vorangeht. Müssen wir mal die Häfen weiter absichern, ne, mit Hafentürmen. Wir haben immerhin drei Häfen und auch dieses Gebiet hier unten sollte mit in einem Wehrturm bewacht werden. Außerdem wäre es eigentlich doch ganz nett, hier einen Wehrturm innerorts zu haben. So, theoretisch, ne, hier. Irgendwo. Machen wir aber erst beim nächsten Mal, würde ich sagen. Naja, die Hafentürme könnten wir eigentlich jetzt schon mal bauen. So, natürlich wird wieder alles Unnötige weggerissen. So, ah ja. Das Allerunnötigste ist dieser Fleck. Ja, ist die Hafeneinfahrt auch ganz, ganz gut gesichert. jeweils bis zu den nächsten Felsen. Mhm. So. Wenn man jetzt auch wieder vernünftig durchfahren kann, reißen wir die ganzen Steinsachen natürlich wieder weg. Und auch die ist erst mal ganz gut gesichert. Natürlich reichen zwei... Äh, Entschuldigung. Was machst du denn da in der Ecke? wurde von einem Mitspieler besiedelt. Äh, natürlich reichen zwei Türme pro Hafen nicht aus in der Regel. Aber fürs Erste soll es mal genügen. Ah, und die Kohle, die gute, gute, gute Kohle. 35 Tonnen kommen hier aber an. Das ist natürlich, natürlich, natürlich sehr schön. 35 Tonnen sind doch einiges. Und der Wein steigt auch. Wir haben jetzt 46 Tonnen. Es kommen 30 mit dazu. Auch hier sind wir erst mal im grünen Bereich, was mich natürlich sehr freut. Wobei das Ganze... Pass auf. Oh, sehr schön. Gifo, Karls und Marisa, zwei schließen Frieden. Naja, das dauert höchstens eine halbe Stunde. Dann fangen die beiden wieder an. So, wir können noch vier Adlige beherbergen. Vier Adligen Häuser. Hm, die vier? Nee, passt nicht. Die drei und ein anderes. Es ist immer der gleiche Schnodder. Schnodder. Äh, die gleiche schöne Leier. Es ist immer die gleiche Leier. Du, hier bist eigentlich erst mal dran, ne? So. Bleiben jetzt noch drei. Du könntest dir bei den Korsaren einen Namen machen. Oh. 20 Tonnen Perlen. 5 Tonnen Gold. Ich nehme an. Auch, wenn wir kein Gold besitzen. Ich hoffe, irgendjemand verkauft Gold. Entschuldigen Sie, verkauft hier jemand zufällig Gold? Ich nehme von dir, was mir zusteht. Nee, das ist natürlich doof. Ich hatte fest damit gerechnet, dass irgendjemand Gold verkauft. Schade. Fang endlich an. Es bleibt nicht viel Zeit. Ja, entspann dich. Äh, scheiße. Na gut. Fahren wir erst mal hier hin. Nach Aschgabat. Hier gäbe es übrigens auch Gold. Doch da unser Gold. Theoretisch. Äh. Mal einfach diese drei oder diese drei Häuser aufsteigen lassen. Ich glaube, die sind eher etwas zentraler gelegen. In letzter Tage hat mein Geschäft schon lange nicht mehr abgeworfen. Das heißt, wir haben jetzt 1880 maximal. Passiert eigentlich immer noch nichts. Jetzt müssen wir schauen. Passt mal auf, ich mach mal eben folgendes. Äh, er will aber Goldbarren haben, oder? Ja. Ich kaufe mal fünf Tonnen. Überlegt euch gut, wie viel ihr für eure Waren verlangt. So, ich kaufe mal fünf Tonnen. Dafür kriegen wir Ruhm und Lederwämser, die wir zwar nicht brauchen, aber egal. Die Perlenketten und die Perlen haben wir ja hier. Ja, das ist jetzt hoffentlich nicht ganz das Problem. Ei, 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 ei. Na gut. Wisst ihr was? Ich positioniere mal die Kamera hier unten. Und verabschiede mich. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Möge der Herr mit euch sein. Gehabt euch wohl.